Hallihallo und Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins Folge Nr. 31, wo wir uns nun in Gotham City Royal Hotel Parking Lot befinden, also in der Parkgarage. Und wenn ich die Kamera nach rechts drehe, sehen wir Bänke. Und wenn ich die Kamera nach links drehe, sehen wir eine Wand und einen Weg nach unten. Wieso sieht denn alles hier so doof aus? Also wieso sehen hier so alles kaputt? Wieso kriegen wir den nicht? Ah, nun. Komisch, wieso kriegen wir den hier nicht? Achso, wir müssen erst das Ventil schliessen. Hat der Joker einen Raum in der Gotham Royal genommen? Er ist hier drin und Swatter macht seinen Dirty-Werk. Er macht Gordon und die Medien weg von dem, was da drin ist. Hat er nicht, dass er nicht mit der Black Mask arbeitet? Ich glaube, du wirst den Joker herausfinden, wenn ich ihn mit der Joker in bringe. Ja, ja, stimmt. Die arbeiten zusammen. Black Mask und Blitz 2. Die Bossen in eurem Leben vollkommen egal. Das sind doch zwei Leute. Zwei Grafiosi. Oh, jetzt sind eigentlich Clowns, oder? Die haben da unten nichts mitgekriegt. Ich glaube, da können wir nicht rein. Das ist schnittes Strom. Das ist schnittes Strom. Das sind ja dringend Okay, das waren alle. Hier hinten ist noch was zum Hacken. Royal Hotel. Scheiß Passwort. Das ist ja fast so schlimm wie Postdaten benutzen. Der Strom ist ausgeschaltet. Das heißt, wir können auch da oben rein. Geschenke. Gas. Das heißt, sie bauen Bomben auf. Ah, genau, da geht's hoch. Hier geht's aber nicht durch. Das heißt, wir müssen nochmal runter. Ich glaube, ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir müssen nämlich die Kralle nutzen, um die Tür rauszureißen. Oder auch ich. So geht's auch. Parktour öffnen. Krankenwagen. Ein Aufzug. Sturm. Strom ist wieder an. Da liegt einer in Geld. Es wurde in Geld gestorben. Und da ist ein Pfeil. Ja. Das gefällt mir nicht. Herr, wissen Sie nur, wo in dem Hotel der Joker befindet? Nicht noch. Warum? Es sieht aus, wie es in dem Hotel Lobby gibt. Du könntest die Kameras nutzen, um ihn zu finden. Okay, ich versuche das. Danke, Wolfett. Es gibt genug Explosiven hier, um dieses Gebäude zu nehmen. Ich weiß nicht, wo die Überraschungen alle finden. Ja, Herr, hier. Hier ist ein Pfeil. Als nächstes einer der Assassinen kommt, wird der Ball. Russell, zähle den Mann. Bleib den ganzen Geld in seinem Bank. Das sind zwei Leute im Stürzeln. Das sind zwei Leute im Stürzeln. Da und da andere. Da und da ist der andere. Wo ist der mit Störsender? Direkt unter uns, okay. Können wir da hin am besten, ohne nach unten zu fliegen? Hat sie irgendwo einen Lüftungsstaat? Ich seh keinen. Siehst du einen? Ich seh keinen. Ich würde den Lüftungsstaat nicht missen. Ich habe die zweite Tür. Über alles. Wenn das passiert, der Boss wird dir selbst töten. Alle fangen aus, aber wir können nicht zwischen uns bleiben. Ich werde so viel zum nicht entdeckt werden. Ich auch. Wir haben Wärmesicht, kann man aus wirklich nicht gesehen. In dem Kerl da. Ja, der ist zu schwer um hochgezogen zu werden. Okay. der Steing oder Sand. In dem Kerl da. Der Schettling hat. Zusammen. Der Schettling hat uns, wenn ich das war. Ich mach das einfach mal nur wegen der komischen Herausforderung. Also so schwer scheint mir das hier nicht zu sein. Sogar eigentlich recht einfach. Das war jetzt nur wegen dem Wärmesichtkerl. Alsbald einer von den Assassins töten, Buss wird diesen Mann töten. Bleibt alle die Cash in den Banken. Nein, warum? All diese Dinge so, niemand wird ihn noch nicht mehr vertrauen. Er wird den Platz mit den anderen Syndikaten in der Stadt verloren. Hey Mann, schau mal, was wir haben mit uns. If you think he's worried about losing faith, then we're already going for it. Er, we're already going for it. What the hell was that? Uh oh. Wir müssen hier weg. Bevor die Leiche von dem Typen fehlt und hier hinschweren. Das heißt Leiche, die sind ja nur am Boden, aber... Ja, du weißt, was ich mein. Ich muss das nicht vergessen, dass ich nur ein paar Minuten fliege. Er ist lebendig, aber ich habe ziemlich viel verbrannt. Du denkst nicht, dass ich es umgekehrt bin. Lass uns umgekehrt! Nur für den Fall, dass sich mal einer sich entscheidet, hier hinter Deckung zu suchen. Man kann ja nie hin vorbereitet sein. Ach du Scheiß, da kommt noch einer. Komm, dreh dich um, damit ich dich von hinten erledigen kann. Ganz genau. Na toll. Einer steht dran. Wie, er steht wieder auf. Was ist halt die Scheiße denn? Wieso steht der denn jetzt wieder auf? Oh, ein Daten vergeht. Hm. Was macht ihr denn da? Na sorry. Die sind nervös. Das ist gut. Vielleicht kriegen sie einen Herzinfarkt, wenn sie zu nervös sind. Das ist aber vermutlich nur Wunschding. Das kann ich hier nicht hoch. Die sind hier überall. Wie doof. Laut ausschalten will ich sie nicht. Dann würden die uns entdecken. Tog er auf. Und zurück. Ach, der hängt da oben fest. Der hängt da oben fest. Der hängt da oben fest. Bleib ruhig, Alter! Ruhig um! Möchtest du meinen Zeitpunkt! Einer hier, einer da und einer dort Ah, perfekt Wäre es gewesen, wärst du die jetzt nicht Würdest du jetzt nicht da hinten hinlaufen, wärst du perfekt Nein Das ist mir zu unsicher Jetzt kann ich ihn aber ausschalten Fuck, 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 fuck Schnell ich hier hin zu verstecken Scheiße, 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 schnell rein Ah, da kommen wir schon Ganz klar Fünf sind noch übrig Fünf sind noch übrig Könnte ich in eine Falle legen Mit Explosiv-Gel Hab ich aber nicht Ich geh mal lieber auf der anderen Seite raus Da oben sind immer noch die beiden Typen mit Wärmesichtgeräten Da sind hier unten nur noch zwei Was ist das? Oh oh Puh Das ist ja eigentlich schon fast ein Wallhack, oder? Ich meine, man könnte sich entscheiden Das Spiel ohne Detektivmodus durchzuspielen Ich glaube, dafür gibt es noch eine Herausforderung Ich glaube, dafür wäre ich gar nicht Oh Gott Oh Gott Scheissdorf World Was ist das? Bingo! Ich bin auf! Ding dong, the bat is dead. Witch old bat, the damn old bat. Ding dong, the damn old bat is dead. Ha 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 ha! The end of the day You asked me, he intend to pay up. Bis dahin, tschüss. Bus will kill that guy. Keep all the cash in his bank again.